Hallo und herzlich willkommen, da bin ich gerade in Minecraft auf einem schönen Surfer, der heißt PartyCraft. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß schon mal, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen kann. Mit mir dabei ist der liebe Juri2004, schon mal in einem Spiel dabei gewesen und jetzt ist er weg. Wo ist Juri hin? Juri ist weg. Alles klar. Das ist hier ein, ja, ein schöner Surfer. Achso, ja. Juri. So. Ein Member. Member Area. Ach, da sind wir auch schon, bei ihm zu Hause. Ähm, denke ich mal. Also, ich glaube, ich war doch noch nie auf dem Surfer, oder? Doch, bestimmt schon mal. Hey, ich weiß es gar nicht. Ah, da war schön gebaut hier. Und ich wollte hier einfach nur mal ein bisschen den Surfer zeigen. So, ganz kurz. Vielleicht werden wir hier auch mal ein paar Runden zusammenspielen. Vielleicht auch mal mit Kobold oder so. Müssen wir mal sehen. Ich denke, ja, da wird was kommen. Oder aber ich... Vielleicht mache ich auch einen Singleplayer von Minecraft. Wenn das nicht zu langweilig wird. Ich weiß es nicht so genau. Oh, Scheibenklasse, jetzt habe ich mich ein bisschen eingebaut. Äh, ist auch ein bisschen blöd. Ähm, danke. Äh, das ist ja super. Weil ich jetzt im Wasserkraben bin. Shit, ich mache nochmal eine TIP-Anfrage hier gerade. La 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 la. Nimm an. La 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 la. Doch, wir wissen ja schon mal gewesen, dann. Ich habe nämlich scheißend viel Geld. 29.090. Äh. nimm an dpa juri das wird ja auch eine chaotenfolge denke ich hallo nimm an ich hänge in deinem wasserkraben fest mails ich habe 28 mails man kann ja mal lesen mail wait ja super er lässt mich natürlich jetzt nicht heraus sehr praktisch und warum ist halt mal so ein komisches zeichen wenn ich die wechsel ich spiele gerade auf 18 habe ich noch nie gespielt alter ich komme nicht mehr raus ich habe schon ein haus ich habe ein schönes haus wirklich ein schönes haus ich habe scheiße viele sachen also ich glaube ich war jedoch schon mal auf dem server oh mein gott ist das peinlich ich weiß es schon gar nicht mehr da habe ich ein zaubertisch hier habe ich ok ich habe den schädter auch gerade nicht drin in der 18 leider weil ich da doch kein gefunden habe so auf die schnelle ich nehme gerade so in aller schnelle auf ich muss ja auch gleich wieder weg wegen wollte ich jetzt mal ein bisschen zeigen dann kann man ihm noch ein bisschen reingucken ich habe bücher ich habe bücher das ist ganz praktisch dann kann ich nämlich dings kräften wenn ich gerade nur wüsste wie habe natürlich gerade keine app hier rumliegen aber natürlich kein holz rennen und gleich ein bisschen klein habe ich letztens ein bisschen kleiner machen gemacht ich wollte mal wissen grüß hier da war ich drauf ja genau so automatisch juri kommt hier gerade glaube ich gar nicht also ich sollte gerade mit ihm unbedingt hier drauf und eine aufnahme starten da sei natürlich auch sofort gemacht sofort ich war nämlich gerade noch eine aufnahme da hat er mich schon angeschrieben was ist das ist das gießt da ist es gießt weiter ist das hier gerade gar nicht mit den textum pack alter da ist es auch ein bisschen blöds wachs wachs immer weg dann sehe ich ja alles was es ist natürlich dabei und was habe ich für ein komisches kind war ich habe doch ein ganz anderes kind noch mal alles klar vielleicht funktioniert das auch auf 1 8 nicht wer weiß und ja ich wollte euch ein bisschen die zähler steigen jetzt laufe ich hier gerade zu hause rum und macht ein bisschen jetzt bin ich hier gerade am spawn ich zeige euch das mal also es gibt hier spiele es gibt hier auch pvp und es gibt anscheinend diese komischen werftplatten die es ja auf manchen servern jetzt immer gibt pvp und ich wollte eigentlich gleich so schnell hin guten tag war einmal freundlich sein naja da waren die alles klar da gibt es rpg und da gibt es jetzt noch mal normal mc alles klar also das alles gibt es hier auf dem server das wirklich sehr nice sind nicht sehr viele drauf 20 und das finde ich auch meistens besser wenn er nicht so viele drauf sind ansonsten ist das immer nur so ein rumgewusel ja keine werbung ja kann ja mal machen hallo ich bin da wieso komme ich da nicht rein na egal komme ich da eben nicht rein joo was kann ich denn euch noch so zeigen hier guten tag lalalalalalalalalalalalalala tschüss alter hier war ich doch schon hier wollte ich nicht noch mal hin ach junge ey ich bin ja auch gerade ein bisschen verpeilt so sehe ich gerade aus so sollte ich dich aussehen so wie ein weib ich habe noch mal einen ganz anderen skin aber IO so da wollte ich auch gerade nicht reingucken boah ich bin wirklich ganz schön verpeilt hier gerade ich wollte da gerade so an sich zu games und da fliegt man natürlich nicht so weit wenn ich auf das ding gehe ist ja klar er ist ein bisschen runtergestellt weiß ich nicht verstehe egal da ist bild meint der hier ein bisschen rum laggit es gibt der on on in the scheinbar was kenne ich nicht survival games hide and seek sind alle offline da ist natürlich sehr vielversprechend game not found also irgendwie also der server ist zum survival spielen also so ganz normales free build denke ich mal ganz nice ich habe ja auch schon gespielt also ich denke mal da ist ein eiser so ganz genau weiß nicht mehr ja wo schon nice an also ich da schon mal drauf gespielt aber er ist ja und ja ich nehme ja auch gerade nur auf wegen juli und sonst hätte ich gerade gar nicht mehr aufgenommen weil ich das hat für zu verhören habe ich muss ja sofort gleich wieder weg ich bin ja schon wieder auf achse und mit meiner hand läuft mir daher gerade hinterher und ja tatsächlich gar nicht aufgenommen hätte ich angeschrieben dass ich aufnehmen soll und ich sollte ihn natürlich sofort erwähnen und jetzt jetzt scheint er nicht mehr da zu sein das ist natürlich toll ja ich kann das war 23 hochladen hallo meine liebe freunde und der sieht auch so aus wie sie sieht auch so aus wie ein weib und wieso sieht der komische andere nicht so aus wie ein weib der da wieso sieht es nicht so aus aber ich bin voll dagegen geklatscht aber auch witzig lol ich liebe diese dinger was denn ja so alter ich zeige jetzt einfach nur ein bisschen server weil ich gerade überhaupt nicht weiß was ich machen soll ja ich glaube ich mache ja auch gleich einen kleinen schnitt ich liebe diese dinger auf einem server gibt es auch ja und dann machen wir hier auch einen kleinen cut denn ich muss jetzt auch los ups ja und ich knall schon gegen die decke alter jetzt habe ich kaum schmerzen naja alles klar also wir sind dann in dieser Folge das war ja nur ein kleiner ausschnitt aus minecraft ich wollte ja ich wollte einfach mein End sein und hier ein Video machen so wie er es gesagt hat der liebe Juri ja und einmal haben wir das auch gemacht ja ok ja wir sehen uns schaut euch noch die anderen letztes Blechen von mir an könnt einfach mal reinschnuppern so Farqua3 ähm Dings äh wie heißt es MTR ja genau das ist auch noch da und er ist aus Spades ja das kommt auch noch und an Halloween kommt auch noch was ganz tolles was weiß ich selber noch nicht aber bestimmt was ganz tolles stimmt ja alles klar wir sehen uns bis dahin ciao ciao und